Definitely not easy. Der Toad, du bist direkt kurz vor dem Schlüssel gewesen. Ja, ich bin die ganze Zeit schon kurz vor dem Schlüssel. What the fuck war das denn? Wie war das Timing jetzt anders? Ich hab's anders gefühlt gerade. Aber was das war, holy shit. Dankeschön, dass ich ein Strap hatte. Danke weggekommen! Werberbock The question of me is Are you fat or what? Nice dead, Will. Nice days. You did. Ah ah, you died. Ah ah, you died. Loni lolo. Ah, you shrekt me. Yes, huzzzah! Huzzah! I'm the frog. Huzzah. Chip wird zum Warlock. Warlock. Huzzah. 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 Er hat gerade ein 2-2-2 in ein Schaf verwandelt. Für 3 Mana. Huzzah. 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 Tinkmaster oder was? Oh, du hast das für ein Schaf. Einfach nur 1-1-1 Schaf. Verwandlung. Achso, Polymorph. Das kostet aber 4 Mana. 4, ja. Nöhn sei einfach nur 3, weil er sei Spellkost reduziert hat um 1. Achso, Spell Apprentice. Ja, Spell Apprentice. Oh, Spell Apprentice. Oh, Spell Apprentice. Ah, Spell Apprentice. Ah, Spell Apprentice. Jaja. Oh, Spell Apprentice. Vier da extra 4 Mana. Natürlich geht doch mal Minion. Auf beide Minions. Feel this clear! Go! 4, 4! Algumatisch. Ich kann das mal angreifen. So close! Ah! No! 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 Don't kill me! Don't kill me baby! Don't hurt me! Don't hurt me no more. Ich bin da zu rumblecken. Meine Fresse, greife an. Asher Drake 544. Okay. Spell damaged. Aaaaaaaaaaaaaaaaayyyy. Eierr plus eins an Battlecry draw card. Das ist eine coole Karte. Was für ein Karte? Vielleicht im Design her. Asher Drake. Ach so, Asian Drake. Das ist nicht der Asian Drake. Ich weiss schon. Aber mein Nachbar hat mir mal irgendwie so richtig nah wie Asian Drake ausgefallen. Seitdem nennt ich Asian Drake. Der Asian Drake. Da ist die letzte Level in diesem Spiel. Und alle haben noch das abgemacht. Der wird zwar meine Minions verlichten, Nö, so ist das 1 Oh mei Gott Oo, das ist schon ein 4. Es ist trotzdem ziemlich, sehr egal. Goddamn hellhole, I just want to complete it right now, please, dude I would be very pleased with this game. Aaaaaah! Coin. I just noticed I don't even have to fucking jump, I think. Sweet. B. I hope I know I can replace a spell counter as a B. A counter spell? Hm. That was a secret. It's a secret to add to that. Du stirbst jedesmal wegen dem Serbenscheiß. Ja, weil der Serbenscheiß richtig hardcore ist. Bei dem Ansprung einfach nach links drin und angreifen. Wo du dann in der Mitte bist, nach oben fasst. So, wenn du auch passt, wird meine Minions verloren und er irgendwo ist. Okay. Aber er hat schon wieder. Ich glaube, ich bin gerade zweimal gestorben im selben Leben. Eeeeeee. Schon wieder das Ding hat. Die Secrets gibt es zum Beispiel in Goblins vs. Knows. Die spielen sehr viele Mages. Hm. Weil ich bei Varlok vs. Meich nicht so gut entscheiden kann. Expert Mode. Zum einmal aufleveln. Da steht kein Z-Mein zu machen, es geht gros. Wir sind fast. 4-Mein zu kaputt. So, wir müssen los. triple 4-Mein zu machen. 4-Mein zu ab als hüten bloß. 5-Mein zuWellen. 5-Mein zu machen. Not kosmet Baltic auf den do ven. 3-Mein zu machen. 5-Mein zu machen. Die sind tot. Ah ja genau, der Zeitzeug hat auch was schönes gesagt. Er hat so irgendwie gesagt, ja da gab es auch noch diese Frau. Nee, Frau kann man das nicht mehr nennen, diese Ausgeburt der Hölle. Also richtig legit, hat er schon gesagt. Ja, der hat dann irgendwie gesagt, ja die hat es dann doch tatsächlich gewagt die DDR hochzupreisen. Ähm, war er richtig mäh, die sind nicht so. Mäh, nicht wirklich, aber... Mäh, mäh. Was man, ich treff dieses Drecksmesser nicht in der Luft. Mein Messer ist zu dünn. Und ich sollte das Spiel gewinnen. Wo ist der Radar? Plattwist, da ist kein Winn. Was ist denn los, man? Drei Mal hintereinander zermesse. Voidwalk. 1, 1, 3. Why do you call? Ey, Arcane Explosion hier, deine Schwesterne. Natürlich hast du noch mehr ein Secret. Natürlich. Au. That's a deadly even mess. Gotta say. Secret? Destroyed. Destroyed. Vaporize. Was auch sonst. Secrets deactivated. Ich hab keine Karten gegen Secrets. Er gibt eh nicht so viele. Also. Er gibt Kelsian Mystic. Flare. Er hat jetzt gerade zweimal hintereinander Vaporize gehabt. Allervor hat er zweimal hintereinander Minion copy gehabt. Allervor hat er zweimal hintereinander Minion copy gehabt. Genau. Und ein Counterspell hat er auch noch gehabt. Ah! 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 Man meh'n ist frozen. Und er ist ziemlich offen. Nur 9 helft. Anton ist auch... Der hat nicht viel... 2HP 12 War einer, weil ich die ganze Zeit Ding so eingesetzt hab Live-Tap Live-Tap, meinst du? Richtig, Live-Tap Okay, das hat er verloren So viel zu Expert Ja, das haben sie auch nur Luck-Based Kann sein, dass er dich hardcore rushed Wenn du nichts hast, Ali Kann sein, das ist einfach gar nichts Er hat die ganze Zeit die Minions angegriffen Weil er schon seit Anfang an oder irgendwo in der Mitte Nur aufs Face umgestiegen Dann wäre ich halt jetzt schon längst tot gewesen Hey, okay, jetzt habe ich ihn mindestens einmal aufgelevelt Corruption Du bist ein enemy Minion The start of the turn of the world NOO, WHY Dave, just tell me why You killed me My butt while I was sleeping Was ist los? Chip hat 3 Viewer Chip Chip, 74 bits Nach wie vor Oh, normal Jetzt hast du einen Viewer verloren Ja, wegen dir Haha Weißt du, das kommt jetzt 30 Sekunden später und Ja, wegen dir Haha Okay, dann machen wir mal die Daily Challenge Was machen wir? Play three times Was ist das für eine Daily Challenge? Beziehungsweise zweimal Ja, das ist einfach nur so Äh, nicht Daily Challenge Das sind einfach nur so Daily Quests oder Quests allgemein So start Äh, starting Quests sich! Schas, scha, scha! Musso, scha! Menge wird er hier! Chip. Wer es Lucas gibt? Was? In Ordnung? Mage! Gibt's gut! Hab gerade gesehen, dass der Ruhe jetzt gerade Level 3 ist, der letzte Level 2! Ok! Ist so möglich die stärkste Klasse ohne Karate, nevermind! Ne, ich kann nicht ohne Level 10! Seid einfach nicht wie John und lasst nur 1 auf 10 sie sein und in der Rest sie nicht auf level 3 oder so und dann war das gleiche richtig Mh Ich sowieso mich jetzt nicht an einen Charakter binden Gessen davon, dass ich erstmal gescheite Quarten haben will bevor er ein Deck macht Eiii, jetzt schmerzt er so richtig Hux ist schade ziemlich lang Hux ist schade Eigentlich haben wir was anderes drin außer Wurfy Opponent Ne Ja weißt du was gibt wie Slow Guy und so weiter, ihr denkt man ja die ganze Zeit nur Es gibt doch Diamond League Player That's it boys, fuck this fucking fucking fuck fuck temple I need to do some Bitcoin I'm gonna kill the bejesus out of your ass Don't tell me there are traps in this fucking bullshit Oh, nice 2 damage 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 3 damage 2 damage 3 damage 3 damage 3 damage 4 damage 4 damage 4 damage 5 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 damage 6 damage 6 damage 6 damage Was? Entschuldigung? Wie ist das denn sogar möglich? Ich habe mehrmals geblieben, als ich diesen sch***y Level gespielt habe. Bitte, erzähl mir... ...all dein secretes Spiel. Flop. Er ist ein Fates. Speedrun. LOL. Er hat kein Nervenzusammenbruch. Doch, ich schreib dir schon LOL. Fünf Os. Oder vier. Oder zählen. Vier. Das ist treu. Habt's euch erst mit dem, was hat's getan? Das ist ein Zambi. Das ist ein Zambi. Wenn er hier war, war er hier. Ich habe ein Zambi. Er ist ein Zambi. Er ist nie. Er ist ein Zambi. Ich habe einen Zambi. Aber das ist Zambi. Zambi's legs keep walking. South. Passed Bordlos. Through our Steamy Jungles. Wtf? Why are my Jungles? Zambi's legs walked until he stood before the ruins of Ucampa. Ucampa. Aber warum? Was ist er für ihn wartet? Ein Levelname ist einfach nur Hugh Camper. Das gibt einen Minion zu Hilfe. Er hat nicht die Antwort. Das ist der Silber weg. 3-1-4. Zwei Leben mehr. Zwei Minions oder Schipification? Zwei Minions oder Schipif... Ach komm, Schipification. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah, mein Spiel hat bestand. Das ist einlöser für's. Ich denke, das ist gut. Wunderte, die Leute. Es ist ein, der sich in die Karte und dein Schiff verletzt. Der Geiment? Der Geht dann? Der Geht dann? Der Geht dann? Vielen Dank.